hallo und herzlich willkommen zurück zu altes live arma 3 mod mit dem randy zusammen hallöchen und wir sind an der mine nu doch gott sei dank angekommen genau und jetzt müssen wir erstmal hier die spitzhacke auswählen benutzen so und jetzt können wir hier sind das ein paar volltrottel hat er gerade uns gemeint weiß ich nicht ich hoffe man nicht wer ist hier der volltrottel ach so hab schon gedacht du hast gerade uns gemeint ja das ist natürlich nicht so gut allerdings jedes mal neu auf spitzhacke benutzen ist natürlich scheiße ja irgendwie schon ne 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 ist eigentlich auf dem e-fachern weg können wir blei auf dem makro legen hast du auch gerade so einen brummen ach ja hier ist einer im sidechat siehst du das unten ja ja hallo konnte das mal ausmachen im sidechannel super danke ja wir bauen jetzt erstmal hier wunderschön kupfer erst ab ist klappert ja wir arbeiten jetzt erstmal hier dementsprechend den ganzen spaß ab ach so ja ja es muss dementsprechend noch eine möglichkeit geben die spitzhacke auch auf irgendein makro zu legen muss später mal gucken weil das ist natürlich ein bisschen suboptimal geregelt sage ich mal ja jedes mal die ganze scheiße anzuwählen ich guck gerade mal auf i aber ne selbst im inventar ist nix dafür verbaut schade ja warte mal da frage ich die jetzt hier frage ich die hier noch schnell nochmal eine frage nochmal ganz kurz und zwar muss man jedes mal die spitzhacke wieder anwählen oder gibt es da irgendwie auch ein kurzbefehl leider ja aber wir haben noch keine möglichkeit gefunden das auf dem kiel zu beinen na ok dankeschön so warte mal kurz kommen wir kurz noch mit warte ich mache noch einmal hier benutzen so ähm unser kagen meins ist das was licht anhat du bist du stellst dich hier hinten ans auto dran und drückst die taste t äh warte mal wo ist denn meins das hier ne taste t ah ja ok truck inventory und genau dann wälzt du das kupfererz an und dann halt ne standard und dann store ne genau dann store alles klar ach so äh ja können wir ja gleich mal hier alles rüberschieben so super 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 genau ich weiß nicht was uns kostet im ehrlich zu sein wie kostet äh na was uns das bringt halt ja aber ich denke mal da wird schon ein bisschen was gehen geht auf jeden fall dieser bei kokain wisst ich es im allgemeinen jetzt schon dank den dank der form also kokain bringt uns ein kokain bringt uns 5000 das ist aber reichlich ja ich habe mit den lkw was der gute herr mir gegeben hat dessen name ich jetzt nicht erwähnen werde habe ich durch seine lkw ladung 250.000 gemacht ja dann sollten wir schleunigste lkw kaufen ja aber es ist immer kokain wie gesagt bringt zwar sehr viel geld ohne frage ist aber allerdings sehr risikowisch ja wir gucken mal wir können doch mit den leuten hier reden vielleicht ich glaube nicht dass die da in eure zu drücken weil die müssen ja in ihrer rolle auch bleiben naja sicher so wie viel können wir eigentlich hier mitnehmen weißt du das ich weiß gerade mal nicht ich glaube 17 hatte ich gerade mein rucksack drinne bis es voll war ich habe 22 drinne ach so naja warte mal natürlich weil ich dein gelümbel hier noch drinne aber so vier mcmanius die wasserflasche ja so das heißt wir brauchen auf jeden fall kohle wir wollen uns nen lkw lizenz holen und wir wollen natürlich ein lkw kaufen aber da kostet uns 150.000 bei 100.000 150.000 geliehen nee den also der dem das alt der der jetzt nicht der letzte sondern der dänster vorwärts wir haben uns ja auf dem vierten gar nicht so der dritte war mit einer abdeckplanung ach so es wäre ja vielleicht ganz gut ne also die jungs sind die rücken gerade ab ja fahren sie alle weg hier es wäre natürlich auch sicherer das werden wir uns dann jetzt aufzulegen eine waffe auf jeden fall oder wenigstens ich hole mir eine waffe das weil wir hier draußen aber eigentlich offen getragen werden ja aber eigentlich muss man doch mal ganz ehrlich sagen wie doof ist denn das eigentlich wenn man hier jemand überfällt das ist zwar alles schön und gut aber die sehen doch deinen name die können das doch der polizei melden und dann ist doch und dann ist es doch du gehst dann halt so naja du siehst ja den namen von denen da musst du dann logischerweise dann irgendwie zur polizei gehen das halt melden die setzen den auf der wandelliste beziehungsweise der server setzt die kloppe automatisch auf eine wandelliste weil er das halt erkennt was der macht wenn da jetzt überhaupt stattfindet etc mein fahrzeug ist voll beladen und ich bin voll beladen ach so naja ich kann noch vier mitnehmen aber ich habe doch erst warte mal ich habe hier im inventar erst also 104 von 104 richtig ach so aber warte mal im fahrzeug kann ich 140 ach ja 140 also wenn ich jetzt erst mal nur fünf rüber schieb ne fahrzeug steht aber 88 von 140 naja gibt mal unten halt eine kleinere zahl ein ja eins kupfererz ach so ja okay fünf das geht auch zehn nach zehn geht nicht ach man wir müssen hier so viel wie es geht müssen wir hier mitnehmen so warte mal und eins so fahrzeug ist voll normalerweise also und ich kann noch ein bisschen was mit ihm die 14 stunden die ich jetzt bereits auf dem dach da habe ich größtenteils nur versuchte damit gepflückt ja das machen wir natürlich für mich das machen wir jetzt hier natürlich nicht versuchen dann durch immer ein bisschen abwechseln rein zu bringen aber wenn man natürlich geld brauchen brauchen muss nicht mehr da können wir nicht dran ändern so mein fahrzeug ist voll beladen das ist gut zu wissen aber ich habe noch ein bisschen platz du hast noch ein bisschen platz anders gut dann machst du das erst mal ich gehe der weile mal um ja jetzt ist das die frage der gute herr hat er das erklärt denn ich brauche gerade die verarbeitungsfabrik die weiß ich natürlich nicht wusste ist hat er dir auch bestimmt erzählt oder ne wo die ist hat er nicht erzählt nur dass wir das dann zu bahn verarbeiten müssen ach du scheiße als die lizenz eigentlich einmalig oder die ist permanent ach du scheiße Kupferverarbeitung 5,7 Kilometer von hier aus ja mein gott haben wir schnell guck mal es war jetzt ein Kilometer wie schnell wir hier waren ja das stimmt allerdings ach wenn ich gerade mal die scheiß taste für glaubt mein inventar ist voll ja 104 von 104 ok dann einmal zurück ins auto mal gerade hier gucken habe ich im allgemeinen ja ne das ist ja im allgemeinen die ganze schusssehe ach wie ging denn der gps mod auf warte mal kurz da muss ich gerade mal hier live in den einstellungen umwählen das tut mir jetzt natürlich leid das geht allerdings das geht allerdings gerade nicht anders weil gps schön gps ist erst gar nicht eingestellt das ist herrlich ach so ne dann löschen ja solche taste habe ich jetzt hier nicht besetzt Kupfermine da sind wir jetzt und wie finden wir jetzt die Kupferverarbeitung Autoschieber oh da müssen wir auch mal hin Kokainverarbeitung Schildkrötenhändler hab ich das jetzt nicht gespeichert da kannst du brauchst du Boote kannst du rausgehen und kannst halt Schildkröten farmen ich glaube die sind auch bestimmt richtig richtig Teuerung rechts M Apfelfeld Eisen Kupferhändler da oben ist der Eisen Kupferhändler Teuerung echt ja ja ich habe schon ne nicht den Eisen Kupferhändler die Kupferverarbeitung brauchen wir wo ist die habe ich schon Kupferverarbeitung ist ganz weit ganz 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 weit rauszoomen dann gehst du rechts beim Ölfeld da wo die Eisenverarbeitung ist oder wo die Kupferverarbeitung ist beim Autoschieber beim Autoschieber der obere es gibt ja bestimmt mehrere Autoschieber oder wo wo bist du was siehst du jetzt gerade du bist bei der Kugel Eisen und Kupferhändler ja da bist du fast richtig da gehst du weiter nach rechts also schön weit rauszoomen und weiter nach rechts Kupferverarbeitung ich hab's gut Waypoint gesetzt ich glaube aus Zufall oder aus ominösen Gründen habe ich kein ich habe schon kein GPS mit dabei leider ok was heißt das du hast kein GPS dabei ja wir können das halt nur an die beiden wenn du ein GPS hast dass du ein kleines Navigationsgerät drin das du aufrufen kannst achso wo kriegen wir das her auch beim stinknormalen auf dem Markt vorsichtig verlangen das ist frei übrigens es ist frei ja entschuldigung ja das gestern mich immer zu und hier fahr ich schon mal vorsichtig und dann passt das wieder nicht 80 Alter ja nicht so schnell die Karrebau pelzt lange bis die anhält ich hab fast 100 Grad gehabt ja ja ich mach's am besten noch einfacher und halt immer ein bisschen links von mir im Trall ja ja mach ich schon so jetzt brettern wir hier einfach mal hoch guck mal es sind schon nur noch 5,3 das waren schon fast 500 Meter jetzt ja also das geht auch fast fast nicht so ok da hinten ist die Fahrweiterung 110 kmh 120 Alter was geht hier ab 130 leck mich auf Arsch ich bin von der Schau ja und jetzt würde ich hier bremsen würde ich mal sagen Bleikurve jetzt überhole ich erstmal Randy das geht schief wenn du in mich reinknallst wenn du in mich reinknallst explodier ich da hab ich kein Bock drauf überhole halt oh 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 ich glaub wir hätt hier mal irgendwo abbiegen müssen plump Sören wenn ihr wollt können wir auch mal zusammenzocken natürlich Sören so Warte ich bin sehr langsam weil wir müssen hier irgendwo rechts ja zusammenzocken Sören na klar mit dem Polizisten und unserer Freundin und Helfer spielen wir immer gern zusammen ja ich weiß nicht da wird er halt schleppe das uns TV erkannt ja sicher und wenn nicht wie gesagt also mit der Polizei werde ich mal sprechen es hat nämlich auch einen Vorteil wenn ich so eine übelste Muschi gegen den Polizisten bin ja jetzt fängt er wieder mit der Leier an ja ja hat nämlich auch Vorteile für euch Tino würde da nie reinkommen weißt du ey jetzt kannst du sowas von vergessen ja ey ich mach dir übelste Drogenbarronen alter ich mach so hab ich ja gar nicht gesagt naja was wurdest du denn vor uns festgenommen ich wurde nicht festgenommen ich wurde durchsucht naja das ist ja automatisch hier drinnen festnennen achso ok leck mich am Arsch das war knapp aber das war knapp schade hat er gedacht ich hab's erwischt ne aber ich bretter hier gerade mit 130 durch die Ortschaft geil ja 130 seh ich also du bist hier ja vor mir ja bei mir zeigt es 140 an bist du vor mir? ne dann glaube ich bin ich nicht vor dir vor mir ist nämlich ein roter Allrounder Bremsen, Bremsen hier geht's Gott sei Dank geradeaus rein äh du bist ganz schön weit weg also ich seh dich überhaupt nicht naja ja ich bin ja gerade in so einer Schleich und dann so hingefahren fahr dann mal da kommt so eine Kurve da musst du dann geradeaus in so einen Weg reinfahren da kommt so eine Kurve also gehts dann links so die Kurve rum und geradeaus in den Weg also ich bin jetzt automatisch reingefahren weil ich hab's Bremsen nicht geschafft so wir müssen ja echt ein bisschen sachte jetzt machen auf diesen Schleichwegen ah also wir fahren jetzt über die Schleichwege über den du gerade ja ah hier kommt jetzt Feldweg ist mir klar dass du die Kurve nicht gekriegt hast ja jetzt kommt hier noch Feldweg aber das ist gut aus ich fahre direkt drauf zu also direkt da gehts gar nicht ich hab mal beruhigt so dann wollen wir hier mal ein paar fette Kupferbahnen machen meine FPS wird immer besser hier draußen das freut mich ja das hier draußen erholt sich das alles in der Stadt haben wir halt immer also ihr seht nicht weniger wie wir also ich hab standardgemäß ohne Aufnahme mit 20 bis 25 FPS und mit Aufnahme 20 bis 25 FPS ihr seht nicht mehr und nicht weniger wie ich im Endeffekt aber das liegt halt wirklich an der Engine ich meine wir haben natürlich alles auf sehr hoch haben wir von Ultra aus sehr hoch ja ja aber bei Ultra war leider eine Nummer zu hoch also ich weiß nicht was man hier für Rechner oder Grafikkarten braucht da haben wir beiden ja schon ich meine wir haben eine 770er ja ja und ich hab noch dazu kommt ja noch ich hab die 770er Phantom als 4 GB Edition ja das ist halt wirklich die Engine die spackt halt immer mal rum aber ich denke mal das Let's Play gefällt euch ich hoffe es also wir konnten ja noch nicht sehen weil wir nehmen ja echt am Stück auf wir suchten hier gerade kann man so sagen aber ähm ähm ich bin hier nur noch 1,4 Kilometer weg ich weiß nicht wo bist du Strom hast Strom hast ähm bist du eh mal ins Gelände rei gedüst also immer der Straße folgen einfach naja die Straße endet aber an einem Haus das ist gerade das Problem ne ist mir nicht passiert ok also ich hab hier noch 1,2 Kilometer ah ja warte mal ich glaube ich hab's ich bin nämlich schon mal so ich bin nämlich schon mal so übers Gelände und hab mir dann einen Reifen aufgeruppt und dann ging es nicht weiter aber das ist ja auch schlecht ja ja so Reparaturwerkzeug sollte man immer im Kofferraum liegen haben ja ja und das mehrmals ok super also eins reicht aber um ein Auto zu reparieren also dementsprechend um ein Fahrzeug zu reparieren ja 800 Meter sind wir schon der Kupfermine Mensch und der Renni hat mein Geld super ja ne ich bin noch 1,5 Kilometer entfernt na das geht ja noch dann gib mal Geld gib mal Gummi wa nicht auf den Strecken hier nee mach nur schön sagte dass man das alles wir jetzt sind das mal kurz vorm Ziel noch einen Bums bauen ja ja ne die Fahrphysik ist wirklich sehr ja ja wirklich sehr ja dafür haben wir ja einen Offroad ja so ok ja ja ich bin doch der SUV lässt sich geil aussteuern also die Stufe die in die Nacht den hier konnten weil die durfte ich gestern schon mal fahren mhm hat mir hat mir hier nochmal ausgeliehen der ist schon geil mit dem ganzen Triften ja so warte mal bring da natürlich ohne irgendwo müssen wir hier mal weg weil ich fahre gerade um die Mine rum ja da gibt es eh eine Straße die führt dann direkt nach unten so warte mal gucken wir mal ganz kurz auf die Map mal kurz zu stehen bleiben auf die Map wo sind wir wo sind wir wo sind wir wir sind jetzt beim Autoschiebär achso ich muss jetzt quasi hier hoch und dann da rum ok also hier hoch und dann zweimal rechts und dann fahren wir direkt in die Mine rein super superiör ja das sag ich doch so sehr schön ich könnte aber schon fast sagen AMA 3 ist ein besserer Fahrsimulator superiör so ein bisschen aufpassen ich denke mal ich fahre jetzt so gerade um das denn ich bin jetzt so 400m davon entfernt frau gerade ein bisschen rum ja ja du entfernst dich dann nochmal kurz weg davon genau auf so eine Zickzackkurve hier ja und dann oben kommt quasi wie in so ein Dorf rein und dann musst du dann zweimal rechts und dann fährst du direkt in die Mine rein ah ja ok du bist da auf der Straße direkt in die Mine so super Herzbenkel auch ein sehr schöner Name aber bis jetzt kennen uns schon vier Leute oder so haben wir bis jetzt schon getroffen die uns hier kennen allein von YouTube also das ist Wahnsinn ähm bei der ersten Kreuzung rechts ne ja gibt da bloß eine so ok also ich bin jetzt boah sauer vorsichtig machen hier springt er so ich bin jetzt in der Mine drin ich bin jetzt erstmal auf der Hauptstraße ich bin jetzt einmal rechts abgebogen ne ne du musst zweimal rechts gleich und dann gleich ach dann wird er um so ein Feldweg rein ja genau ok dann bin ich so na du siehst ja den Waypoint müsst ihr direkt drauf zu fahren naja naja das ist immer so eine Sache der Waypoint ist schön und gut mit GPS wären wir schon lieber ah ja hier vorne steht einer hier vorne stehen zwei ok beobachten die stehen da rum ich packe jetzt einfach mal hier ich warte mal auf dich ja warte einfach mal ja wie gesagt diese Wege zu Dings also Pfirsiche pflücken und Äpfel pflücken ist das einfachste einsacken verkaufen fertig das ist dann leider hier schon mit Erz nicht mehr so und mit Salz auch nicht und dann dementsprechend alles was Drogen angeht da sind schon große Wege also wo ich mit den Kollegen das gemacht habe da waren jetzt lieber eine halbe Stunde unterwegs ah da kommst du ja ich stehe hier unten übrigens ja bist du jetzt nicht du stehst hier hm das bin ich genau wir können ja hier geradeaus parken da stehen schon zwei ja wir müssen in die Halle rein so ich park jetzt einfach mal hier so ok dann einmal Motor aus und einmal aussteigen und einmal verriegeln so und dann gucken wir mal ah hier steht so ein Typ vielleicht müssen wir den vollquatschen oder ja das ist wohl der ja ja das ist der Erzbischof von Schießmestelt ok Kupfer verarbeiten einfach nur mittel hast mittel klicken und button Kupfer verarbeiten ok boah you need 18.750 2% without a Lizenz ja auch schön du hast noch keine Lizenz wie ich das gerade sage ja und du hast meine 20.000 ach ja warte 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 Mac Manious wie viel brauchst du äh 19.000 naja super Kupfer verarbeiten processing ok das geht ja Gott sei Dank relativ zügig so wie es aussieht müssen wir da hier stehen bleiben oder was ja natürlich naja ok na gut jetzt kostet das 19.000 um das Kupfer zu verarbeiten da bin ich ja echt mal gespannt wie viel Kohle wir dann kriegen das kann beim ersten Mal auch im Minusgeschäft sein davon abgesehen wegen der Lizenz wa? richtig aber naja guck mal auf lange Sicht gesehen aber ich habe immer noch 19.000 verstehe ich jetzt nicht oder zahle ich das erst wenn er fertig ist das ist eine sehr gute Frage ja ich glaube weil ich habe immer noch das Geld was du mir gerade geben hast habe ich noch aber ach so dann müssen wir ja noch mal ins Auto da haben wir ja auch noch Zeug liegen richtig das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen äh wenn wir das Ganze überhaupt verarbeiten können weil dann funktioniert das Ganze nämlich auch schon mal ja und vor allem äh ja da müssen wir das andere wie viel Kohle hast du jetzt noch einstecken? ich habe jetzt noch 7.300 einstecken na hoffentlich können wir das andere noch verarbeiten das kostet einmalig ach so ja jetzt schrei jetzt schreit er zu mir ich brauche eine Lizenz hm gib mir die Scheiße mal bitte na warte mal kurz ne er verarbeitet er lädt das durch und dann sagt er dir du kannst das nicht weil du keine Lizenz hast also du denk ich mal kannst das dann machen da hast du die Lizenz halt na ja weil ich bin bei 95% ja ja bei dir wird das dann gehen ok du hast prozess 25 Kupfer in die Kupferbahn vor 18.750 ach du hast jetzt logisch jetzt ist das Geld auch weg jetzt ist das Geld weg wie viel hast du jetzt noch auf der Tasche gar nicht ne? 1.230 das bringt nichts gut da hast du halt bloß die Lizenz na gut dann verarbeite das ganze Gelümbel mal da gebe ich dir das dann na warte mal ich guck mal ganz schnell ich hab jetzt 25 Kupferbahnen ok dann müsste ich das ja jetzt mal irgendwie tauschen ja mit dem was im Fahrzeug ist richtig aber Leute wir sind sowieso schon wieder am Ende des Pahns deswegen wir raffeln das ganze grad nochmal im Bachen um und sehen uns dann wieder auf der Rückfahrt zum Perkäufer ja genau bis dann tschüss 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 tschüss